Ich hab's aktiviert. Nee, ich hab nicht aktiviert. Ich hab's aktiviert. Ich auch nicht. Ja, ist mir schon klar, dass Chicolo das war. Muss ich nicht fragen, wer? Die junge Bande, die kann nicht warten. So, ihr schafft das aber, ne? Warte, ja. Ich denke. Aufsteigen. Und hier war gar keine... Wer ist hier, Benni? Okay. Schon erledigt. Es sind immer noch ein paar. So, Duga. Und Achtung ist dein Griff. Hab den immer noch nicht klein? Ich find schon. Ich find schon. Zufall. Seht ihr meine, meine, meine lila Markierung? Da ist ein Affe. Setzt mal da einer noch eine Markierung hin, dann kann ich die nächste setzen. Warte. Ich setz da eine Markierung hin, ja. So, und jetzt warte, jetzt guck ich, wo ist die nächste? Geh da direkt einmal hin. Geh da direkt einmal hin. Muss irgendwo ein Affe sein. Ich geh mal hin, vielleicht finde ich das mal direkt nicht hin. So, hier muss auch noch ein Affe sein. Ich find schon ein Äckchen. Warte, da sitze ich mal kurz. Ich hab keine Ahnung, wer da wird. So, da muss hier ein Affe sein. Ich find schon ein Äckchen. Boah, ich hab keine Ahnung, wer da wird. Benni, kannst du auf die lila Markierung mal deine Markierung setzen? Lila, wo die lila Markierung ist. Da, deine Markierung draufsetzen. War das? Keine Ahnung. Also, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr die Affe nicht findet, dann kann ich das Video auch ganz gucken. Dann, äh. Ich geh erstmal auf meine Markierung gucken. Ob ich da... Ne, könnt ihr den Affe anzugehen? Äh, ich find schon ein Äckchen. Ah, ich hab... Na, wir haben uns da muck'n. Schafft ihr das? Jawoll, perfekt. Bist du ja AFK, oder was? Wer ich? Nein. Fachpersonal. Das ist schon wieder down. ところara... Jetzt sind zwei down, ich bin down. Ich bin down. greatly pressure training. Ich kann leider nichts tun. Ich muss da direkt nichtsãn drauf. Was ist so viel Traum ist da? Ich kann nix tun, ich bin Kilometer weit weg den Projektor zu benutzen Ich zeig euch wiederum alle Fundorte Hat aber den ganzen Akte Fatte verloren, äh, scheiße Äh, dann Grabstein zu zielen Ja, kann man den auch hier mitnehmen, oder was? Da kannst du deine Sachen wieder einsammeln, wenn du zu deinem Grabstein gehst Ja, also wenn du gestorben bist und deinem Ding gehst Na egal, jetzt steht der Grab und da nicht kann ich nichts machen Dann ist das nicht dein Grabstein, dann ist das der vom Dings Ich bin aber blau und der lechte Blaue, also passt das schon Ja? Ja, ja, aber ich komm nicht nach Hast du keine 10.000? Doch, hast du Ne, kann ich nichts machen Aber es sind ja nur meine Dosen weg, weißt du, die Dosen Der Rest ist ja alles da von den Waffen Die Dosen sind ja das Wichtigste Das ist ja alles da von den Waffen Alles klar Der Aff ist nicht da Ich hab ihn Mit der Filmrolle Ja Mikrofilm, Dias Oh, Ravenov Was hast du noch vor? Ihr müsst sie irgendwie anschauen Ja, bin ich gestorben Aber so weit von Äh, so, warte, warte, warte Dann guck ich jetzt mal, wie das weitergeht, das Easter Egg Nach, also Wir müssen jetzt, ähm Ja, ich guck Ich guck eben Ja, die hat gerade gezeigt, wir müssen zu so einem Filmprojektor hingehen Ja, genau Okay Ich muss nur eben mal schauen Ich muss nur gucken, wo der ist Ich hab mich nicht gesaved Ich hab gar nichts mehr Wie gesaved? Wie sollen wir dich safen? Wir haben dich, wir haben dich gerettet, nur Jeder von uns war am anderen Ende der Karte, weißt du? Oh, kacke Warum sagst du auch nichts, wenn du weggehst? Habe ich doch gesagt Kacke klingelt Mein Laufbau dann oben Achso Achso Hm Ich zeig euch wiederum alle Fotoorte Scheiße Ähm, warum kann ich jetzt die Waffe Waffe, Waffe, Waffe Da Hm 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 Hier Schuss Fünf Schuss auf den scheiß fucking Zombie, Alter Doppelte Punkte Also der Projektor ist Hier Ich find schon ein Äckchen Okay Jetzt müsst ihr aber noch kurz warten, Jungs Ja, wir warten auch bis alle da sind Also in dem Lenin Gebäude ist der Ich geh schon mal hin Die Waffe ist schon auf Gold dann gepuncht? Aha Ja, dann hab ich auch gemerkt, wenn du getot bist, äh, deine Waffenstufe behältst du Okay Die du dir auch kaufst Ich hab die gar nicht auf Gold Ich hab die aber gar nicht auf Gold gehabt Ich hatte die Du hast bestimmt wegen dem Schlüssel Weil du den Schlüssel Du hast ja als dritter erst den Schlüssel eingesammelt Da hast du die bestimmt auf Gold gekriegt Okay, dann ist das ja halb so wild Dann bräuchte ich ja nur hochpunchen Genau Okay, dann sind das ja zwei Strichen und dann nochmal Ach Gott, Alter So, ich, äh, warte hier auf euch Ja Wo soll der denn sein? Da wo ich bin Lila? Lila, ja Also ich bin, ich bin hier schon bei dem Projektor Wir können auch, ich kann auch Dias hier einlegen, steht hier Ich bin auf dem Weg Ja, ich bitte drum Ja auch, Benni Ein bisschen Benni auch Bitte Ja Ja, bin ich auch, aber wir dauern zum Teil ein bisschen länger Warum? Haben wir denn eigentlich alle das East-Act geschafft oder nur einer, der das aktiviert? Alle Okay Also war bis jetzt immer so Vor allem, wir sind ja, ich kann ja sagen, also ich kann ja sagen, wie weit das Video ist Ich meine, die macht zwar, also das Video ist jetzt bei der Hälfte Okay Okay Wir sind da Aber da geht sogar noch seine Waffe machen Zeit geht ja alle irgendwie Telefon Ja Ja Er fliegt rüber Ja Er fliegt rüber Ja Er fliegt rüber Wo ist denn der Projektor? Achter Ja Wo ist denn der Projektor? Achter So, ja, ich hab's gesehen Ja, Entschuldigung, ich bin alt Ja, dann müsstest du sowas noch kennen Benni, was ist denn los? Bist du Fuß lahm? Ich mach's mir gemütlich, ne, Jungs Benni Komm, wir auch Kannst hier gar nicht mehr leben Benni, wir müssen natürlich gleich die Zombies aus dem letzten Loch holen Benni, du musst da oben Na oben Na oben Komm hier Ja, lass mir mal den Zombie hier kalt machen Ich hab grad so schön paar Zombies noch kehlen können Zeichen mal den 30.000, wenn wir voll Kann ich ganz Ganz nach oben oder wo muss ich hin Hier, guck doch Guck mal neben dir Ah, da Meine Fresse Wenn die grünen büten, die durch die Wand läuchten Operatia Inversia Hat Requiem euch davon erzählt? Weaver? Wenn nicht, überrascht mich das nicht Selbst wir wussten lange nichts davon Wenn sie überhaupt existiert Aber Ravenov will was herausgefunden haben Das muss es sein Der Raketensilo in Ruka Ja, die kenn ich Die Gerüchte waren also doch wahr Ravenov hörte, dass Omega an sogenannten Realitäts-Inversions-Sprengköpfen arbeitet Ihr Name verrät ja bereits ihren Zweck Stellt euch vor, man könnte einen Dunkelätherriss öffnen Und eine Ausbruchszone schaffen Egal wo Mit einer einfachen Rakete Aufgrund der elektromagnetischen Interferenzen durch die Unwetter Würde der Westen nichts merken Keine Präventivreaktionen Keine Geht nach Ruka reisen Ravenov finden Wir müssen das verhindern Hm Ja Das war's Äh Peppe Jetzt muss ich wieder gucken wie weiter geht Das war's Das war's Das war's